Ach hallo! Na, Spieltag verdaut? Es gibt ja an einem solchen Bundesliga-Spieltag immer wieder Szenen, die einen wirklich sprachlos hinterlassen. Auch Szenen, in die man involviert sein kann, die wirklich dafür sorgen, dass einem hinterher die Spucke wegbleibt. Und es gibt auch sportliche Gesamtlagen, bei denen einem als Spieler irgendwann auch nichts mehr einfällt. Kann man einen Trainer nach so einer couragierten...